Ob Haus, Garten, Ladengeschäft oder Büro, man fühlt sich einfach sicherer, wenn man alles unter Kontrolle hat. Ab sofort können Sie dies diskret und unauffällig mit der hochauflösenden Überwachungskamera von Visotec. Die Kamera erhalten Sie mit einer stabilen Halterung und das robuste Gehäuse sorgt dafür, dass sie für den Außeneinsatz bestens gerüstet ist. Unter der Abdeckung verbirgt sich der SD-Kartenslot, auf den Sie hochauflösende Videos oder Videosequenzen speichern können. Über das mitgelieferte Videokabel verbinden Sie die Kamera mit einem geeigneten TV-Gerät oder einem geeigneten Bildschirm. An das andere Kabel schließen Sie die Steuereinheit an. Sobald die Kamera über den beiliegenden Adapter mit Strom versorgt wird, können Sie den Bildschirm und das TV-Gerät einschalten und auf den AV-Modus stellen. Dort sehen Sie dann das Kamerabild. Auf dem Bildschirm sehen Sie verschiedene Symbole. Bei eingelegter SD-Karte etwa ein Kartensymbol. Ein Auge steht für ein aktiviertes Bewegungssensorsystem. Außerdem wird neben Datum und Uhrzeit angezeigt, ob die Kamera auf Einzelaufnahmen oder Filmsequenzen eingestellt ist. Auch bei Nacht lässt Sie die Kamera nicht im Stich. 24 Infrarot-Leds sorgen dafür, dass Ihnen auch im Dunkeln keine Aktivität Unbefugter entgeht. Sie leuchten einen Bereich von bis zu 15 Meter effektiv aus. Aufnahmearten, Bewegungssensor und den gewünschten Blickwinkel stellen Sie einfach und komfortabel über die Steuereinheit ein. Der Sensor startet die Aufnahme dann automatisch, sobald er eine Bewegung wahrnimmt. Die Empfindlichkeit regeln Sie dann wieder mit der Steuereinheit. Endlich wieder ruhig schlafen. Die Überwachungskamera von Visotec zeichnet Ihnen alle verdächtigen Aktivitäten auf und Sie haben die Sicherheit, alles unter Kontrolle zu haben. Gönnen Sie sich diese Sicherheit. Gönnen Sie sich dasласт�� zu machen. Vielen Dank.